Heute waren wir ausnahmsweise mal nicht so nett zu unseren Gegnern in Fortnite. Wir haben einen Spieler gekidnappt und schaut einfach selbst aus, was passiert. Der war ja nicht mal fool, ich muss den nicht mal cracken. Flo, fein, maybe, genau neben den Reboot-Band. Das wäre perfekt, Bro. Warte, wir werden ihn hier eliminieren. Es wird hier die Karte nicht droppen. Flo, der kommt. Ich glaube, das ist der Mate. Ich glaube, das ist der Mate, Bro. Ich glaube, er weiß nicht, dass wir hier sind. Warte, lass auf die andere Seite, maybe, vom Dach? Ja. Warte, nicht sehr. Wenn du zielst, dann hört man dich selbst nicht. Wenn du es nix. Gut, hab, hab, hab. Okay, warte, warte, warte. Er baut sich mal ein. Hä, was macht der? Ich bin lost. Ich baue hoch, ich baue hoch. Ja. Wir können ihn so abfangen. Warte, ich glaube, ich glaube, ungefähr die Höhe passt, oder? Oder ist es noch zu niedrig, denkst du? Könnte passen. Okay, okay. Warte. Nein, tut mir so leid. Ich glaube, er muss rein glauben, Flo. Ich glaube, er muss rein glauben. Oh nein. Ja, Karte nochmal holen. Und nochmal dann. Ääh. Hahaha.